herzlich willkommen zur pflanze gegen zombies los geht's ja schnell mal die uhr und stellen hat geschafft hat ich bin gut so wir haben letzte part vergessen die laterne zu kaufen das ist blöd wenn irgendwas fehlt das ist wirklich mies warte mal der erste kam von ganz unten gott hätten wir diese umsonst pflanze nicht das wäre richtig grauenhaft hier dass wir raten der ziemlich kommt von der reihe wo keiner dran kommt kommt fress seine sonne heraus wir brauchen sie ich brauche sie wir machen mal gleich hier unten haben wir sie gleich ein bisschen einfacher so aber hier und dann haben wir noch da kann ich schon mal gleich sehen von wo die typen kommen denn 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 so sehr rosenblatt ich will die produktion erstmal ankurbeln deswegen nicht übel nehmen auch der typ frisst jetzt weil er wo meine platte doch nicht hat 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 ok bedingt die theme an 10 10 diese papp hüte auch dazu ich glaube metall helme meinen die nicht, glaube ich, nicht so ein einfaches Plastik-Ding da. Ähm. Machen wir das mal so. Ach, weißt du, du kannst mich mal, weißt du? Du bist so blöde. Ich mag dich nicht. Na, jetzt frisst du noch mal eine Laterne auf. So. Ähm. Wir bauen dann vor allem noch mal Kakteen. Den, den, den. Hm, Kakteen brauchen wir. Kakteen. Ich weiß nicht, glaube ich, die Pogo-Zombie kommen noch nicht oder so. Wenn, dann müssen wir es halt riskieren. Dass sie kommen. So, wir bauen mal gleich mal so Halo-Kitty-Dinger auf. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob das ein einzelnes Säven-Rosenblatt aufrüstet oder... Och, komm. Du kannst es nicht sein lassen, oder? Gut. Machen wir das so auf. Mal hier. Mal da. Komm, ich brauche Kaktus. Dann bauen wir hier noch ein Magneter auf. Ich weiß nicht, ob die Pogo-Type können und können nicht von unten kommen. Warte, warte, warte. Wir gucken, wir gucken mal, von wo der Pogo-Man herkommt. Pogo-Man? Irgendwo ein Pogo-Man? Nein. Gut. Bauen wir mal die Dinger da auf. Au. Oh. Hä? Das... Das... Der Ding schießt sehr interessant. Das Ding schießt sehr kreuz und klair. Das ist sehr cool. Das muss man zugeben. Ding. 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 Ja, komm her. Wenn du dich traust. Aber das ist cool. Das Ding schießt da sogar noch ziemlich schnell. Diese Halo... Da hat diese Katze da... Ding. Ding. Oh, oh. Warten wir. Das wollen wir jetzt testen. Zum, zieh ihn an. Zieh seinen Helm an. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Zieh ihn Helm an, Mann. Ah, funktioniert ja wirklich. Cool. Würde mich interessieren, ob der Helm irgendwann verschwindet. So, machen wir hier nochmal so ein Ding. Pieks, 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 pieks. Brauchen wir diese... Ich brauche, glaube ich, noch mal Halo-Pete-Dinge auf. Ja, die Teile verschwinden aber auch wirklich. Zieh an. Zieh an. Das ist cool. Ja, das ist cool. Oh, Mann. Diese Katzen-Teile sind richtig cool. Ja, ja, auch Mädchen-Kram ist stark. Alter, das sieht ja irgendwie auch ein bisschen männlich aus, oder? Fändet ihr nicht? Dieses lächelnde Gesicht mit den Augenbrauen. Irgendwie witzig. Pieks, 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 pieks. Alter, ey. Die Katzenschwänze sind richtig genial. So. Oh. Ja, komm. Flieh vom Himmel. Das will ich jetzt mal sehen, wie der fliegt. Ah, so. Ja, okay. Ey, das Ding schießt ja bis da unten hin. Das ist krank. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Wir warten ab. Geduldig. Letzte Welle. Ich glaube, wir brauchen mehr von den Teilen, die so richtig sind. Oh, niss. Der Pogostock. Zieh den Pogostock an. Zieh ihn an. Ha. Loser. Loser. Oh. Das ist nicht gut. Ha. Loser. Ah, dein Metallhelm bringt ja nix, Freundchen. Ding, 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 ding. Oh. Ich will Licht haben. Danke. Wir sind daneben, aber egal. Notiz. Lass mich raten. Eine riesige Welle kommt zu uns. Oder sie haben wieder Tacos bestellt. Der Reis. Hier ist deine Mutti. Bitte, komm rüber. Es gibt Hackbraten. Lass die Hausdürre offen und den Rasen ungeschützt. Herzliches Mutti. Nicht die Zombies. Herzliches Mutti. Nicht die Zombies. Nein, bloß nicht die Zombies. Ich glaube, das ist wirklich meine Mutter und nicht die Zombies. Nein. Das ist bitte, was? Es regnet? Wo ist es auf einmal so dunkel? Das für heute nichts geht es. Da hoffe ich mich überlebt von dir nach. Oh Gott. Holy shit. Oh Gott, das ist mir... Boah, ich seh nix. What? Das ist nicht der Ernst. Ich seh nix. Daumen. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist total unfair. Kann ich ja Licht machen? Nee. Bringt das was? Nee. Ich seh nix mal. Das ist unfair. Ähm, der müsste hier sein. Oh oh. Voll unfair ist das. Licht. Licht bitte. Ich fordere Licht. Pies ist ab. Nein. Ähm. Licht. Bitte. Oh Mann. Licht bitte. Oh, wisst ihr? Ich brauch da unten mal so ein Ding. So. So. Das ist geil. Hallo. Light. Please. Danke. Ich seh immer noch nix. Alter. Okay. Funktioniert. Ähm. Die Dinger setz ich mal dorthin. Das setz ich dorthin. Oh, Geld. Dann röst ich die Teile nochmal so aus. Ich glaub sie, ich hab's gut platziert. Alter. Das ist so richtig unfair, ne? So. Das können wir aber da hinsetzen. Wasserpflanzen setzen wir dort. Oh. Ich brauch mal ein Magnet. Magnetismus. Oh je. Und ich glaub, wir können mal Sterne im Wasser bauen. Aha. Du Gott. Ich seh nix. Oh oh. Das ist nix gut. Nix gut. Licht. Licht, bitte. Miss. Ich glaub, ich hab getroffen, ne? Ja, habe ich. Oh oh. Du Penner. Lass das. Alter, Roman ist ein Magnet. Oh man, man kann so wenig sehen hier. Wenn ich so wenigstens Licht machen könnte. Aber ich glaub, du sollst mir einen Ballon so nicht wegkauen. Oh, Geld. Alter, ist das unfair. Man muss das ja noch nicht ganz so realistisch machen. Komm, komm, komm. Light, light, please. Light. Hab ich getroffen. Oh man, das ist ja so kurze Sekunden sind das. Perfekt. Dann wo jetzt? Dorthin. Oh. Ihr hielt in völliger Dunkelheit. Okay, die Dinger kann ich aber da hin bauen. Den hab ich auch getroffen. Haben die da die gegessen? Platzieren wir einfach ganz, auch ganz hinten. Da hin. Passt. Hallo? Licht. Oh, oh. Das sind mal viele Stars. Wo ist sie? Ey, ich seh nix. So, da hab ich Magneten hingesetzt. Boah, blödige. Die Magneten kriegen wir sowieso sau wenig. Von daher. Oh. Ähm. Fast. Ich hab kein Schirm, wo ich das ganze Zeug aufbauen soll. Ich seh's hier. Ich seh's gar nix. Dort unten baue ich mir, glaub ich, so ein Ding. Hier krieg ich ja sowieso so viele Stars. Oh, oh. Komm, komm, komm. So. Vielleicht hier bitte. No, 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 no. So. Oh. Sieht das gut aus oder nicht? Doch. Sieht aus, als würden wir gewinnen. Ja, komm, hier mal noch mehr Sterne. Woher sie so unendlich viel davon kriegen. Oh, oh. Ich muss den... Da, so. Hahaha. Viel zu viel, Mann. Viel zu viel. Ich weiß nicht, was ich alles machen soll. Da bin ich der Finger nicht einfach... So. Ich meine, einiges brauche ich ja nicht. Ich kann not see. Und Star ist weg. Magneten hier. So. Oh, wie ist ein Pogo-Penner. Oh, da unten ist... Da unten ist ganz stark geschwächtig. Warten. Ähm, was... Was bauen wir denn jetzt da hin, ey? Ich glaube, wir entfernen hier mal eine Reihe. So. Fakt. Oh, letzte Welle. Oh, das ist aber so richtig unfair hier. Oh, oh. Den verteidigen wir. Vielleicht springt der auch dagegen, wer weiß. Okay, der lebt nicht mehr. Oh, jetzt sind wir richtig... Oh, ein Buddler. Oh Gott. Ein Buddler. So. Aber coole Idee eigentlich. Richtig cool. Ja, komm. Komm, killt den, killt den. Huh. Ah. Die Sterne machen wir nicht ihre Arbeit. Was haben wir da? Wir haben... Was soll das sein? Eine Zwiebel? Sehr lustig. Anna, ein Koachen. Kohlkopf. Zwiebel. Schleudert Kohlköpfe auf dem Feind. Oh. Neues Gebiet. Neues Gebiet. Ich kann mir ein Milchspieler machen. Neu. Und du sollst dich sogar bis aufs Doch geschafft. Das sind doch vielleicht ein paar hörige Geräte, so wie man... Du brauchst hier jetzt die Kohlkatapulti, weil das Nachtdruckstrecke ist. Ah, oh. Das ist doch schön. Vergiss nicht, dann läuft alles, die gespielt. Was ist das denn für einer Bungee-Zombie? Wir gucken uns einfach mal Lexikon nach und dann ist der Paddock wieder rum, würde ich sagen. Kohlkatapult macht es nicht aus, Zombies mit Kohl zu bewerfen. Dafür wird er schließlich bezahlt. Und er macht es gut. Er versteht nur nicht, wie die Zombies überhaupt aufs Dach gelangen können. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ähm, Lexikon, Zombies. Einmal neun. Bogo. Ähm, boing. Ähm, sproing. Na, sproigen steht da eigentlich. Ja, ich glaube, boing. Boing, boing. Dieses Geräusch macht ein mächtiger und effektiver Zombie bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Hüfte überpflanzen. Eigentlich ist das auch unfair. Was ist das denn eigentlich? Wie kann man das aber springen eigentlich? Hä? Bungee-Zombie. Was macht denn der? Na gut. Ähm. Wir gucken mal noch neue Minispielen. Nope. Rätsel. Nope. Nix Neues. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann, ähm, bis dann und, äh, ade.